30. Jakob wohnt vor Schecke. Weißt du davon? Ich weiß es genau. Mitnichten wussten es Israels Hirten noch genau, wenn sie es später am Feuer zum Gegenstand schöner Gespräche machten. 30. Guten Gewissen stellten sie manches um und verschwiegen anderes um der Geschichte Reinheit willen. Sie schwiegen davon, wie schiefe Mäuler die Söhne Jakobs und namentlich Levi und Schimion gleich damals zu dem Friedensvertrag gezogen und taten, als sei der Vertrag erst errichtet worden, als die Geschichte mit Dina und Sichem, dem Burgsohne schon begonnen, und zwar etwas anders begonnen hatten, als sie es wussten. 31. Sie überlieferten es so, als habe eine gewisse Bedingung, die man dem Sichem in Beziehung auf Jakobs Tochter stellte, einen Punkt des Verbrüderungsdokumentes ausgemacht, während diese Bedingung völlig eine Sache für sich war und zu einem ganz anderen Zeitpunkt gestellt wurde, als sie genau zu wissen vorgaben. 31. Wir werden es darlegen. 32. Der Vertrag war das erste. Ohne ihn hätte die Ansiedlung der Jakobsleute gar nicht statt haben und auch das Folgende sich nicht ereignen können. 33. Sie zelteten seit fast vier Jahren vor Schecke am Eingang des Tales, als die Wirren eintraten. 34. Sie bauten ihren Weizen auf dem Acker und ihre Gerste auf der Krume des Feldes. 35. Sie ernteten das Öl ihrer Bäume, sie weideten ihre Herden und trieben Handel damit im Lande. 36. Sie gruben einen Brunnen dort, wo sie siedelten, vierzehn Ellen tief und sehr breit, mit Mauerwerk gefüttert, den Jakobsbrunnen. 37. Einen Brunnen? So tief und breit? Was brauchten die Kinder Israel überhaupt? 38. Einen Brunnen, da doch die befreundeten Städte einen hatten, vor dem Tore, und das Tal voller Quellen war. 39. Ja, gut, sie brauchten ihn auch nicht gleich. 40. Sie legten ihn nicht unmittelbar nach ihrer Niederlassung an, sondern erst etwas später, als sich gezeigt hatte, dass ihn betreffend des Wassers unabhängig zu sein und einen starken Vorrat davon auf ihrem eigenen Grunde zu besitzen, 41. Nämlich einen solchen, der auch bei größter Trockenheit nicht versiegt, für sie, die Ibrim, eine Lebensnotwendigkeit war. 41. Das Verbrüderungsinstrument war errichtet, und wer daran deutelte, dessen Eingeweide sollten preisgegeben sein, 42. Aber errichtet worden war es von den Häuptern, wenn auch unter dem Stimmungsbeifall des Volkes und Landfremde zugewanderte, 43. Blieben die Jakobsleute eben doch in den Augen der Leute Schechems. 43. Nicht sehr bequeme und harmlose überdies, sondern recht dünkel und leerhafte, welche vor aller Welt etwas Geistliches vorauszuhaben meinten, 44. Dazu beim Vieh- und Wollhandel in einer Weise auf ihren Vorteil zu sehen wussten, dass schlechthin die Selbstachtung litt im Verkehr mit ihnen. 44. Kurzum, die Verbrüderung war nicht durchgreifend, sie unterlag gewissen Abstrichen, wie eben dem, dass man den Hebräern die Benutzung der verfügbaren Wasserstellen, 45. Deren übrigens auch im Instrumente nicht Erwähnung geschehen, schon nach kurzem verweigerte, um sie etwas einzuschränken. 45. Und daher der große Jakobsbrunnen, welcher als Merkmal dafür zu gelten hat, dass es schon vor den schwereren Wirren zwischen dem Stamme Israel und den Leuten von Schechem so stand, 46. Wie es eben zwischen eingelagerten Chabierenstämmen und den altrechtmäßigen Bewohnern des Landes zu stehen pflegte. 46. Nicht aber so, wie es gemäß der Sitzung und am Stadttore hätte stehen sollen. 47. Jakob wusste es und wusste es nicht, das heißt, er sah davon ab und hielt seinen sanften Sinn den familiären und den geistlichen Dingen zugewandt. 48. Damals lebte ihm Rahel, die Süßäugige, schwer erworben, fährlich entführt und ins Land der Väter gerettet, die Rechte und Liebste, 49. Seines Auges Wonne, seines Herzensschwellgerei, seiner Sinne Labsaal. 49. Josef Ireis, der wahrhafte Sohn, wuchs heran. Er wurde, reizende Zeit, aus einem Kinde zum Knaben, und zwar zu einem so schönen, witzigen, schmeichelhaften Bezaubernden, dass dem Jakob die Seele überwallte, wenn er ihn nur sah, 50. Und schon damals die Größeren anfingen, Blicke zu wechseln, ob der Narretai, die der Alte anstellte, mit dem mundfertigen Balk. 51. Übrigens war Jakob vielfach der Wirtschaft fern, unterwegs auf Reisen. 52. Er nahm die Beziehungen auf zu den Glaubensverwandten in Stadt und Land, besuchte die dem Gotte Abrahams geheiligten Städten auf den Höhen und in den Tälern und erörterte in manchem Gespräche das Wesen des einzig Höchsten. 53. Es ist sicher, dass er vor allem hinabzog, gen Mittag, um nach einer Trennung, die fast ein Menschenalter gewährt, seinen Vater zu umarmen, sich ihm in seiner Füllen zu zeigen und einen Segen bestätigen zu lassen, der ihm so sichtbarlich angeschlagen. 53. Denn Jitzak lebte damals noch, ein uralter Mann und längst völlig blind, während Rebekah vor Jahr und Tag schon ins Totenreich hinabgestiegen war. 54. Dies aber war auch der Grund, weshalb Isaac die Stätte seines Brandopfers von dem Baume Yahweh el-Olam bei Beersheba hinweg zu Orakel Terebinte bei Hebron verlegt hatte, in die unmittelbare Nähe der doppelten Höhle nämlich, in der er die Vettastochter und Eheschwester zur Ruhe bestattet hatte, und wo über ein kleines, auch er selbst, Jitzak, das verwehrte Opfer, nach langer und geschichtenvoller Lebensfrist versorgt und beklagt werden sollte, von Jakob und Esau seinen Söhnen. Damals, als Jakob gebrochen, von Beth-Il kam, nach Rahals Tode, mit dem kleinen Mörder, dem Neugeborenen, Ben-Oni gleich, Ben-Yamin. Ben-Oni gleich, Ben-Oni hier, Belgyllaischer Br bout, Kanzlerbr MM, Ben-Oni gleich, Ben-Oni gleich, Ben-Oni. Vielen Dank.